Ja, Beat-Shooting. Ja, wir sind, glaube ich, die Ersten. Auf das Shooting, absolut, ja. Ich bin gespannt. Morgen, wer fotografiert eigentlich? Oh, der Erdi, der vergisst uns eh wieder. Leider haben wir kein Fotoshooting-Termin. Wir haben keinen, nee, nix. Ja, wird bestimmt auch mega cool. Also ich glaube schon, das wird super lustig. Also ich denke, dass unser Foto dann schöner ist als die anderen. Wir sind schon Favorit. Das Beste kommt zum Schluss. Die Kamera wird es zerreißen. Ja, mega. Ich weiß zwar noch nicht, was wir wirklich machen sollen, wie wir posen sollen. Das bringt mir eigentlich noch ein bisschen Kopfzerbrechen vom Style, vom Look, von den Posen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich glaube, mit Yusha haben wir da einfach im Volltreffer gelandet. Ich bin super, super zufrieden. Meine Kunden lieben es. Ich werde zu Hause immer gefragt, was liebst du mehr, uns oder Yusha? Das ist einfach so schön, weil das ist wie so eine kleine Familie und das macht das Ganze besonders. Dieses Gefühl, wenn man Kunden umgestylt hat und sie gucken einen an und sind so begeistert, das ist das schönste Gefühl, was man sich einfach nicht erkaufen kann. Ich sage immer, dass ich es liebe auf die erste Anwendung. Das war auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens. Jetzt bin ich fünf Jahre selbstständig. Wir haben uns einen großen Kundenstamm aufgebaut. Wir haben uns Namen gemacht und wir haben uns wirklich in vielen Städten präsentiert. Einfach toll, toll. Das war grundsätzlich einfach schon so irgendwie im Blut drin, dass du nichts anderes machen möchtest. Ich liebe, ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich lebe und liebe meinen Job. Jetzt habe ich euch schon sehr viel zu verdanken, muss ich schon sagen. Danke. Dankeschön. Kurze Frage, sind wir Yusha-Family? Ja, natürlich. Das ist eine Frage. Oh mein Gott. Was ziehen wir an? Was ziehen wir an? Wir gehen gleich shoppen. Ihr macht uns arm. Ich hoffe. Yeah. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Alle gehen. Bis zum nächsten Mal.